...prüfung mehrfach für sich zu entscheiden. Im letzten Jahr war das Holger Wulschner mit BSC Captivity. Das ist Dieter Dreher 2014, die wir nachher noch sehen werden. Christian Ahlmann, der hier in den Start gehen wird. Aber jetzt widmen wir uns erst einmal dem nächsten Paar. Hier in der Bahn geht es erst einmal weiter mit Charlotte Bettendorf. Für Luxemburg startet sie. Raya Delby ist ihre 13-jährige Stute, eine Papillon-Rouge-Enkelin, eine Chapultepec-Tochter. Eine sehr erfolgreiche Hallensaison dieses Jahr hinter sich. Charlotte Bettendorf. Wir sind noch relativ am Anfang der sogenannten grünen Saison, also der Saison der Freilandturniere, die traditionell von Ende April bis Ende September in die Oktober hineingeht. Und dann geht es in die großen Messehallen der Republik. Und ihre Form 2018 soll beibehalten werden.